Es war ein grauer, regnerischer Abend, als David durch die leeren Straßen lief, die Hände tief in den Taschen vergraben. Sein Kopf war schwer von all den Sorgen, die ihn seit Wochen quälten. Die Beziehung zu seiner Freundin stand kurz vor dem Ende. Die Arbeit lastete auf ihm und er fühlte sich verloren. In diesem Moment sah er ihn, einen mageren, zitternden, streunenden Hund, der neben einer Mülltonne Schutz vor dem Regen suchte. David, getrieben von seiner inneren Unruhe und Frustration, handelte impulsiv. Er trat den Hund, nicht fest, aber hart genug, dass das Tier mit einem erschrockenen Jaulen zur Seite sprang. Sofort, als der Hund wimmernd davontaumelte, durchfuhr es David wie ein Schlag. Sein Herz zog sich zusammen und in diesem Moment wurde ihm bewusst, was er getan hatte. Was habe ich bloß getan? Flüsterte er entsetzt, während er dem Hund nachsah, der humpelnd die Straße hinunterlief. Er fühlte sich schuldig, als ob er all die Wut und den Schmerz in sich an einem unschuldigen Wesen ausgelassen hatte. Ohne weiter nachzudenken, rannte David dem Hund hinterher. Es dauerte nicht lange, bis er ihn fand, zusammengerollt in einer Ecke unter einem kleinen Vordach, zitternd vor Angst und Kälte. Vorsichtig näherte sich David dem Hund. Sein Herz hämmerte in seiner Brust. Es tut mir leid, sagte er leise, als er sich auf die Knie niederließ. Der Hund zuckte zusammen, machte aber keinen Versuch zu fliehen. David holte sein Handy heraus und rief einen Tierarzt. Während er auf Hilfe wartete, blieb er bei dem Hund. David streichelte sanft sein nasses Fell und versprach ihm immer wieder, dass alles gut werden würde. Tränen sammelten sich in Davids Augen, als er die Verletzlichkeit des Tieres spürte und realisierte, wie tief sein eigener Schmerz ihn dazu getrieben hatte, anderen wehzutun. Als der Tierarzt ankam, half David, den Hund ins Auto zu tragen. In der Tierklinik stellte sich heraus, dass der Hund keine schweren Verletzungen hatte, aber deutlich unterernährt und verängstigt war. Der Tierarzt versprach, dass er sich erholen würde, aber es brauchte jemanden, der sich um ihn kümmerte. David wusste in diesem Moment, was er zu tun hatte. Ich will ihn adoptieren, sagte er entschlossen. Ich muss es wieder gut machen. Der Tierarzt lächelte und nickte zustimmend. In den folgenden Wochen kümmerte sich David liebevoll um den Hund, den er Max nannte. Mit jeder Mahlzeit, jedem Spaziergang und jedem Moment, den sie miteinander verbrachten, wuchs das Vertrauen des Hundes in ihn. Max begann zu verstehen, dass dieser Mann, der ihm einst Schmerzen zugefügt hatte, nun alles tun würde, um ihn zu beschützen und zu lieben. David, der sich selbst verloren geglaubt hatte, fand in der Freundschaft mit Max einen neuen Weg. Gemeinsam schlossen sie eine tiefe, stille Verbindung. Zwei Seelen, die sich gegenseitig retteten.